Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum Teil 2 der Zeugnisse. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Teil 1 schon geschaut habt, wenn ihr das hier auch schaut. Ansonsten geht es jetzt los. Ich versuche mich noch ein bisschen kürzer zu halten. Meine Stimme lässt nämlich langsam so ein bisschen nach. Legen wir los. Tabellenplatz 9, das ist der erste FSV Mainz 05. Attraktivität gibt es. Der 3 ist durchaus ordentlich, was Mainz da macht. Dice-Songs-Abruf 2, jetzt zuletzt ein bisschen abgefallen, aber wie sie teilweise härter zu Hause dominiert haben oder den VfL Wolfsburg, das fand ich schon stark und doch besser, als man eigentlich hätte erwarten können. Neben dem Platz gibt es eine 2. Sehr unaufgeregtes Umfeld. Bo Svensson mag ich ganz gerne. Und die Prognose, ich glaube, sie werden noch ein bisschen eher im Mittelfeld rumdümpeln. Punktetechnisch sind sie nicht so weit von oben entfernt. Ich glaube aber, dass sie sich da nicht so annähern werden, sondern da im Mittelfeld bleiben. Und das ist dann am Ende befriedigend. Tabellenplatz 8 ist die 1. FC Köln. Attraktivität 3. Es gibt mal Hoch- und mal Tiefphasen, meiner Meinung nach, beim 1. FC Köln. Es ist die Baumgart-Philosophie und wenn der Gegner richtig Feuer macht, dann finde ich es gut, weil Köln dann auch mit Feuer machen kann. Beispielhaftes Spiel gestern gegen den VfB Stuttgart. Da ist Stuttgart nichts gelungen. Köln hat einfach locker dagegen gehalten, war aber auch nicht dazu in der Lage, richtig viel zu kreieren. Deswegen Attraktivität 3. Leistungsabruf 2. Ich finde schon, dass sie doch sogar ein bisschen mehr daraus machen, als das, was man hätte erwarten können. Ja, Tabellenmittelfeld ist okay, aber ich hätte sie halt eher als 12. oder 13. eingeschätzt, als aktuell als 8. Gut, das ist auch nur ein marginaler Unterschied. Und punktetechnisch stehen die alle nicht weit auseinander. Trotzdem finde ich es schon beeindruckend, was Köln da abruft. Neben dem Platz 2, ja, wie gesagt, Steffen Baumgart ist ein cooler Typ, ist vielleicht auch nicht alles rosig und tut die Frutti beim 1. FC Köln, aber ich bin vielleicht als Außenstehender ein bisschen davon geblendet, dass ich Baumgart irgendwie einfach lustig finde. Prognose, Rückrunde 2. Ich glaube, die werden ihr Ding weiter so durchziehen. Und wenn sich da nicht groß einer verletzt, und man muss sagen, Skiri ist verletzt, aber der wird doch ziemlich gut kompensiert. Von daher, wenn der da noch zurückkommt, spricht eigentlich nichts dagegen, dass sich Köln da im positiven Tabellenmittelfeld etablieren kann. Tabellenplatz 7 ist der 1. FC Union Berlin. Attraktivität 3. Sie schwanken gerne mal. Manchmal sind sie richtig attraktiv und spielen schön und schnell nach vorne. Und teilweise ist es doch sehr lethargisch, sehr mau. Beispielsweise gegen Fürth. Das war gar nicht schön. Leistungsabruf 2. Ich bin immer noch beeindruckt nach wie vor, was Urs Fischer aus dieser Mannschaft, aus den einzelnen Spielern rausholt, von denen man teilweise dachte, okay, das ist eigentlich nicht mehr Bundesliga-Niveau oder war noch nie Bundesliga-Niveau. Er hebt hier aber Spieler, die kommen aus der 2. Liga und zack, werden gleich etabliert. Genki Haraguchi einfach mal als plakativstes Beispiel. Der macht daraus wirklich gute Bundesliga-Spieler. Neben dem Platz gibt es ein 3. Ja, es ist okay. Urs Fischer mag ich gerne. Ansonsten Union Berlin polarisiert hier und da mal ganz gerne. Manchmal finde ich es ein bisschen over the top. Deswegen gibt es hier eine 3. Aber trotzdem finde ich Union ganz spannend. Prognose für die Rückrunde. Ich glaube, sie werden sich da weiter so mausern. Tabellenplatz 7. Ich glaube, sie würden sich wahrscheinlich selber keinen Gefallen tun, wenn sie wieder Conference League spielen. Ich glaube, das wird es auch dieses Jahr nicht. Ein, zwei Tabellenplätze werden sie, glaube ich, noch verlieren. Aber ohne die Dreifachbelastung könnte die Rückrunde trotzdem gut werden. Sechster ist Frankfurt. So, und da muss ich einmal kurz cutten. Meine Stimme ist gerade wirklich kurz davor, sich zu verabschieden. Attraktivität 2. Sah lange Zeit nicht danach aus. Aber seit so 5, 6, 7 Spielen ist Frankfurt doch wieder richtig on fire. Leistungsabruf auch 2. Totgesagte leben länger. Danny Dacosta beispielsweise, sage ich mal. Aber was jetzt auch langsam kommen. Lindström, Boré. Die kommen jetzt wirklich ins Rollen. Und das ist dann klasse, was sie abrufen. Neben dem Platz 3. Oliver Glasner mag ich. Ansonsten, ja, mit einem Augensfingern würde ich sagen. Bisschen, was so vom Randalemeister übrig ist. Da geht nicht mehr viel auf den Rängen. Ja, ich glaube, die aktive Ultraszene boykottiert auch nach wie vor die Spiele. Gut, das soll jetzt nicht viel in die Bewertung einfließen. Aber wollte ich hier mal erwähnt haben. Prognose Rückrunde. Eine 2. Ich glaube, sie werden sich tatsächlich stabilisieren, etablieren. Und dann mit dieser Mannschaft am Ende auch europäisch spielen. Aber wahrscheinlich nur Europa League. So, Tabellenfünfter ist Hoffenheim. Attraktivität 3. Auch manchmal zwischen Genie und Wahnsinn. Tendenz eher positiv, weil sie zuletzt auch sehr konstant gespielt haben. Manchmal denke ich mir, Hoffenheim ist irgendwie, ja, die haben sich einfach so, wie es mittlerweile in der Bundesliga etabliert. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Und mittlerweile spielen sie halt auch sehr konstant. Deswegen Leistungsabruf 2. Ich bin erstaunt, wie konstant sie abrufen. Und was teilweise für Spieler dann doch auch wieder, ja, zünden. Also sie sind auch sehr breit besetzt. Vielleicht nicht so überragend gut, aber sehr breit. Dann ein Rütter, ein Stiller. Die beispielsweise einzuwechseln. Dann haben sie, ja, in der Innenverteidigung drei gute Männer, die immer rotieren. Da ist, ja, geht der Mann Richards auf die Bank, obwohl der eigentlich auch ein guter Bundesligaspieler ist. Neben dem Platz gibt es einen 3. Ja, Sebastian Hoeneß mag ich gerne. Der hätte wahrscheinlich sogar eine 2 bekommen. Immer Hoffenheim war natürlich im Hinterkopf. Dietmar Hopp. Ja, das ist auf einer Notenskala eigentlich gar nicht zu bewerten. Deswegen bin ich hier mal bei einer soliden 3. Und Prognose für die Rückrunde. Ich glaube nicht, dass sie sich ganz so stabil da oben halten werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie am Ende um die Champions League mitkämpfen. Aber zwischen Platz 5 und Platz 7 traue ich ihnen vielleicht schon zu, am Ende des Tages einzulaufen. Tabellenplatz 4 ist dann Bayern 04, Leverkusen. Attraktivität 2, ja. Teilweise können sie wirklich richtig abliefern. Es ist aber nicht auf einem hohen Konstantniveau. Trotzdem, es macht fast immer Spaß, eigentlich Leverkusen-Spiele zu schauen, weil sie vor allem auch defensiv echt anfällig sind mitunter. Das macht es dann auch wieder attraktiv. Aber nach vorne, klar, Diaby wird's. Schick, die Sorgen immer wieder gerne für Highlights. Deswegen da eine 2. Leistungsabruf auch 2. Ich glaube, so zwischen Platz 3 und Platz 6 sind sie von der Leistung aktuell eben mit Platz 4 gut bedient. Und ja, von daher macht Leverkusen das gut. Neben dem Platz gibt es eine 3. Sejuane, sehr ruhig. Man bekommt nicht viel mit von ihm, finde ich persönlich, was ja eigentlich gut ist. Aber Rudi Völler könnte gerne mal wieder im TV ein bisschen ausflippen. Gab es lange nicht mehr. Prognose für die Rückrunde. Ich glaube, sie werden stabil einfach so weiterperformen. Waren ja auch selbst nicht von Verletzungen und so weiter verschont. Aber dafür sehr gut. Und ich glaube, das wird in der Rückrunde noch besser. Tabellenplatz 3 der SC Freiburg. Attraktivität 2, die faszinieren einfach. Haben vor allem mit beispielsweise Grifo einen unfassbar individuell starken Spieler. Lukas Höhler ist also Wahnsinn, was das mittlerweile für ein Bundesliga-Stürmer geworden ist. Lukas Höhler. Und vor allem in dieser Saison. Deswegen gibt es bei einem Leistungsabruf auch eine glatte 1. Deutlich drüber. Mehr als das, was man eigentlich erwartet hat. Neben dem Platz gibt es eine 2. Ja, über Christian Streich kann man sagen, was man will. Und so eine Ausraster oder so mag ich jetzt halt beispielsweise nicht. Aber ich finde ihn einfach so grundsätzlich, wenn er ehrlich ist. Und ja, vom Typ her doch ganz nett auch. Wenn er, glaube ich, nicht ganz so das Mauerblümchen ist, für das man ihn manchmal hält. Naja, wenn er gut an der Seite rumschreit, hält ihn dafür wahrscheinlich auch keiner mehr. Aber naja. Prognose 3, dass sie in die Champions League gehen würden. Ich will es natürlich nicht ausschließen, damit ich nicht am Ende derjenige bin, der sich in die Nesseln setzt. Ich kann es mir aber schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Sie werden aber am Ende mindestens mal um die Conference League, vielleicht sogar um die Europa League mitspielen. Und das ist dann doch auf jeden Fall mit dem SC Freiburg mehr als befriedigend. Es ist nicht gut, weil sie jetzt so weit oben stehen. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, sie kommt safe in die Europa League, das wäre gut. Aber ich glaube, das wird am Ende doch noch durchaus enger sein können. So, da sind wir beim Tabellenzweiten angelangt. Borussia Dortmund, Attraktivität 2. Und ja, das wird möglicherweise, wenn jetzt noch jemand zuhört, sehr polarisieren. Warum gibt es da noch eine 2? Mitunter sorgt der BVB für Spektakel. Sie können vor allem in Topspielen immer gut mithalten und machen diese Spiele dann meiner Meinung nach auch attraktiver. Aber es läuft halt einfach nicht gegen schwächere Mannschaften. Da tun sie sich teilweise unfassbar schwer. Zudem sind sie jetzt ein bisschen auch Verletzungsgebeutel gewesen. Leistungsabruf 3. Ja, Guerreiro, Hummels, Akanji, Haaland zwischendurch sogar. Ja, die haben immer wieder Wehwehchen. Damit sind ja noch nicht mal alle aufgezählt. Immer wieder Wehwehchen. Und trotzdem muss da natürlich teilweise mehr rausspringen. Deswegen Leistungsabruf gerade noch so befriedigend. Ja, geht so neben dem Platz 3. Aki Watzke haut auch gerne mal einen raus. Das ist zwar dann ganz lustig und unterhaltsam, aber teilweise denke ich mir auch, Jungs haltet mal ein bisschen den Ball flach. Auf der anderen Seite, ich finde es sehr gut, dass der BVB auch immer den Anspruch an sich hat, Bayern-Verfolger Nummer 1 zu sein und da zu lauern, wenn Bayern mal patzt. Aber ja, das ist halt momentan schwierig. Und Prognose, ich glaube, sie werden sich noch ein bisschen mehr stabilisieren und müssen sie natürlich auch ein bisschen mehr spielerisch noch lernen und überzeugen und vor allem Lösungen finden gegen Mannschaften, die unten stehen. Diese Lösungen hat dann der Tabellenerste und zwar der FC Bayern München. Attraktivität 2. Ja, sie spielen natürlich eigentlich so den besten Fußball. Sie haben auch mit Abstand die individuell besten Spieler im Kader. Aber es ist, ja, sie haben manchmal so ein bisschen den Fuß auf der Bremse. Ist natürlich verständlich bei so vielen Spielen. Das würde ich gar nicht als Vorwurf gelten machen. Aber dadurch hat man das Gefühl, deswegen habe ich bei Leistungsabruf auch nur einen 3, dass es sich doch teilweise zieht. Der FCB macht nur das, was wirklich nötig ist. investiert gar nicht zu 100 Prozent. Wie gesagt, das müssen sie auch gar nicht machen. Ja, am Ende ist es so. Lala. Neben dem Platz 4, ich sage nur Katar, da gibt es keine zwei Meinungen. Dafür müsste es natürlich eigentlich eine 6 geben, aber ich will es jetzt nicht hier so zu krass politisch werden lassen. Ich gehe jetzt einfach mal rein von dem, was im Stadion noch passiert aus. Auch wenn man sagen muss, sorry Rummenigge, Heiner. Sowas beschränkt, das habe ich echt lange nicht mehr gehört. Aber gut, das ist auch nur meine bescheidene Meinung, die sicherlich andere dann auch wieder als beschränkt sehen. Ja, Prognose für die Rückrunde. Sie werden Meister. Pokal können sie nicht mehr gewinnen. Aber sie werden locker und sicher Meister. Das wird dann am Ende aus Bundesliga-Perspektive und aus der möchte ich es betrachten, gut, sehr gut sein. Denn mehr als Meister werden kann man nicht. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns in Kürze wieder. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören und haut rein. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.